Tagesordnungspunkt 5, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung mit dem Titel Start-up-Strategie der Bundesregierung, für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die dieser Debatte jetzt nicht mehr folgen können oder wollen, schnell den Platztausch vorzunehmen. Hallo, das gilt auch für die Unionsfraktion, bitte. So, ich eröffne die Aussprache und erteile als Ersten dem Bundesminister Robert Habeck für die Bundesregierung das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Schön, dass ich wieder ein Teil der Landwirtschaftsdebatte einmal folgen durfte. Das bringt mich direkt gleich zu dem Thema der Start-up-Strategie. Denn auch im landwirtschaftlichen Bereich gibt es viele Start-up-Unternehmen, die fast alle ökologischen Projekte auf den Weg bringen. Sehr geehrte Damen und Herren! Die industriellen Champions Deutschlands, die uns weltberühmt gemacht haben, sind irgendwann mal Start-up-Unternehmen gewesen. Das Thema, das wir jetzt bereden, ist vielleicht geeignet, partei- und fraktionsübergreifend die besten Ideen nach vorne zu bringen. So jedenfalls ist unsere Strategie aufgesetzt. Heute in Deutschland haben wir eine lebendige Start-up-Szene in allen Bereichen, in allen Sektoren, von der Raumfahrt bis zum Gesundheitswesen, von den Umwelt- und Klimatechnologien bis zum Finanzwesen oder eben auch der Landwirtschaft. Das liegt natürlich daran, dass auch die Vorgängerregierung, die Große Koalition Akzente gesetzt hat, die jungen Menschen, meistens junge Menschen motiviert hat, eigene Unternehmen zu gründen und diese Unternehmen an den Markt zu führen. Darauf müssen wir aber aufsetzen. Wir können uns nicht darauf aufruhen, denn die Zeiten sind durchaus nicht nur rosarot. Die letzten Krisen sind auch nicht an der Start-up-Branche spurlos vorbeigegangen. So lebendig die Szene eigentlich ist und so attraktiv sich Deutschland als Standort für die Start-up-Szene entwickelt hat. So sehr müssen wir doch feststellen, dass die Bereitschaft zur Gründung im Jahr 2022 deutlich gesunken ist, um 18 Prozent, so die Umfragen gegenüber 2021 zurückgegangen ist. Die Zinswende erschwert den Schritt in die Gründung eines eigenen Unternehmens. Die Investitionsvolumen sind um 43 Prozent zurückgegangen und der Mangel an Fachkräften setzt auch der Start-up-Szene zu. 137.000 Stellen sind heute alleine in diesem Bereich offen. 137.000 Stellen. Möglicherweise wird diese strukturelle Lücke immer größer und für die deutsche Wirtschaft immer gefährlicher werden. Handlungsbedarf ist also dringend angezeigt. So richtet die Start-up-Strategie den Blick nach vorne. Sie ist eine über die Ressorts hinweg erstellte Strategie, die 130 verschiedene Maßnahmen benennt. 90 davon sind in meinem Ministerium, logischerweise 40 davon in anderen Ministerien. Es ist also ein sehr kooperativer Prozess, der dort angelegt ist. Alle tragen ihren Beitrag bei, sofern sie gefordert sind an dieser Stelle. Die Einladung, es weiter zu verbessern, noch mehr zu konkretisieren, es nach vorne zu bringen, ist ausdrücklich ausgesprochen. Die wichtigste Säule ist natürlich die Finanzierung der Start-up-Strategie. Wir haben für die Gründungsphase viele gute, ich würde sagen, ausreichend gute Programme, die da sind, Exist, Invest oder der Hightech-Fund. In der Wachstumsphase allerdings haben wir noch Nachholbedarf. Darauf konzentrieren wir uns mit den Maßnahmen. Beispielsweise ist der bekannte Zukunftsfonds, ein 10-Milliarden-Schwerer-Fonds, angeschoben worden, der dann 30 Milliarden Euro Invest hebeln soll. Bestimmte Technologiefenster sind schon programmiert. Am Start sind Deep-Tech-Fund, Climate-Fund und der Venture-Tech-Growth-Fund bereits unterwegs. Neben den Finanzierungsinstrumenten schauen wir vor allem auf die Sicherung von Fachkräften. Die Fachkräfte-Einwanderungseckpunkte sind beschlossen. Das Gesetz muss jetzt schnell kommen mit all seinen Projekten, die die Hürden deutlich absenken sollen. Das ist das Visa-Verfahren oder auch ein Verwaltungsverfahren. Letzter Punkt. Wir werden in Deutschland nicht mit den teilweise exorbitant hohen Löhnen in anderen Stellen der Welt, Silicon Valley und so weiter, mithalten können. Deswegen ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ein wichtiger Schritt, den Standort Deutschland attraktiv zu machen. Ich danke dem Finanzministerium, dass Sie jetzt Eckpunkte vorgelegt haben und freue mich auf die Ausformulierung im Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Nächster Redner ist der Kollege Hans-Jörg Durz, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Start-ups sind nicht nur Ideengeber und Innovationstreiber. Sie sind die Grundlage des technischen Fortschritts unserer Zeit. Sie stehen schlicht für Innovationen. Sie sind die Schnellboote der Wirtschaft, flinker und wendiger als die großen Tanker. Nun könnte man annehmen, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition ein besonderes Interesse an Start-ups hätte, die sich vielleicht sogar einiges von den Start-ups abschauen würde. Doch weit gefehlt, während die Bundesregierung bei Klima- und Energiepolitik in das Schnellboot eingestiegen ist, fährt es bei Innovationen bei Start-ups im schwerfälligen Tanker. Ein geschlagenes halbes Jahr nach Veröffentlichung der Start-up-Strategie durch die Bundesregierung hat es gedauert, bis die Ampelfraktionen es endlich geschafft haben, diese Strategie auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages zu setzen. In der letzten Sitzungswoche, kurz vor Weihnachten, sollte das Thema bereits diskutiert werden. Dann wurde es noch einmal geschoben, eben auf den heutigen Tag, weil es für die Ampel ganz offensichtlich noch wichtigere Punkte gab. Meine Damen und Herren, so weit oben stehen die Start-ups, so weit oben steht der Fortschritt auf der Agenda der Ampel. Würden die Start-ups dieses Landes die Geschwindigkeit der Ampel an den Tag legen, Deutschland würde kein einziges Einhorn, sondern lahme Schnecken hervorbringen. Dabei hat die Gründerszene gerade jetzt mehr Aufmerksamkeit verdient, denn die Zeiten sind schwer für Unternehmen und für Gründerinnen und Gründer ganz besonders. Der Minister hat es angesprochen. Steigende Zinsen, Inflation, eine fragile Weltwirtschaft treffen auch die Gründer von Unternehmen. Die Zahlen, auch das wurde bereits angesprochen, sprechen eine klare Sprache. Die Zahl der Gründungen ist sehr stark gesunken im vergangenen Jahr. 18 Prozent weniger Start-ups wurden gegründet. Wenn man sich übrigens auf das zweite Halbjahr noch mal konzentriert, sind sogar 33 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Da sind wirtschaftlich unsichere Zeiten weniger Menschen eine Gründung wagen. Das scheint nachvollziehbar. Doch auch diejenigen, die schon gegründet haben, stehen vor gewaltigen Problemen. Im vergangenen Jahr wurde mit knapp unter 10 Milliarden Euro 40 Prozent weniger Kapital in deutsche Start-ups investiert. Wenn man allerdings in andere Länder blickt, dann stellt man fest, dass trotz Krise dort erheblich mehr investiert wurde. In Frankreich beispielsweise 20 Milliarden Euro, in Großbritannien sogar 30 Milliarden Euro. Da haben wir definitiv Aufholbedarf. In dieser Lage braucht die Start-up-Szene eine Bundesregierung, die handelt und die die Bedingungen für Gründerinnen und Gründer deutlich verbessert. Doch wer nun in die Start-up-Strategie blickt und nach Rezepten für die Lösungen, zum Beispiel der Finanzierungsprobleme, sucht, der wird enttäuscht. Denn der Punkt bzw. viele Punkte bleiben offen, sind sehr vage formuliert. Die Frage danach, wie man zum Beispiel Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in Deutschland attraktiver macht, ist zwar erwähnt, aber bleibt ungelöst. Ob Versicherungen und Rentenkassen künftig einen Teil ihres Anlagebetrages als Risikokapital einsetzen dürfen, ist nicht geklärt. Dabei wäre es die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums, auf diese Fragen Antworten zu finden. Doch stattdessen wurden die Förderbedingungen drastisch verschlechtert. Das so wichtige Invest-Förderprogramm, das einen Zuschuss zum Wagniskapital gewährt, wurde ausgebremst. Zunächst hatte man im März letzten Jahres die Bedingungen verschärft und will künftig nur noch Investitionen ab 25.000 Euro fördern, doch damit nicht genug. Leider hat das Ministerium versäumt, die auslaufende Förderrichtlinie rechtzeitig zu erneuern. Seit Anfang dieses Jahres gibt es deshalb keinen Cent an Zuschüssen mehr für Wagniskapitalgeber. Die Fortschrittskoalition verhängt dem Fortschritt einen Förderstopp. Schlechter kann man es nicht machen. Wenn schon das Wirtschaftsministerium nicht in der Lage ist, es zu handeln, dann ja vielleicht das Finanzministerium. Das nun vorgelegte Eckpunktepapier zeigt auf, wie Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland attraktiver gemacht werden könnte. Ob sich der Finanzminister damit durchsetzt, ist noch offen. Jedenfalls braucht die Start-up-Szene, brauchen die Gründerinnen und Gründer in unserem Land, in Deutschland, eine andere, und zwar eine sehr hohe Priorität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Verena Hubertz, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Bundesstart-up-Minister Robert Habeck, welche Menschen gründen eigentlich so ein Start-up? Das sind Menschen, die haben Mut, Menschen, die sehen in schwierigen Zeiten die Chancen und nicht nur das Risiko, und vor allen Dingen Leute, die auch neue Wege gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Ampel erstmalig eine Start-up-Strategie vorlegen, debattieren und vor allen Dingen umsetzen. Und besonders wichtig ist in der Tat das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ich habe selbst ein Unternehmen gegründet. Ich weiß, wie schwierig es ist, Programmierer, andere Menschen, andere Mitarbeiter der Stunde Null zu überzeugen, für und mit einem an einer Idee zu arbeiten. Denn am Anfang gibt es nicht das beste Gehalt, die beste Jobperspektive und auch nicht das schönste Büro. Menschen arbeiten in Start-ups, weil sie an Ideen glauben, weil sie glauben, etwas verändern zu können. Und wir wollen, dass diese Menschen am Ende des Tages auch mitpartizipieren, wenn es zum Exit, wenn es zum Börsengang auch kommen kann. Und im Moment, das haben Sie richtig gesagt, ist es nicht gut geregelt, und das werden wir angehen mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Und das ist mir besonders wichtig als Sozialdemokratin. Und es kommt aber natürlich auch auf das Geld an. Gerade am Anfang, wo keine Umsätze erzielt werden. Wir haben ein Later Stage Funding Gap. Also ganz am Anfang, wenn eine Idee entsteht, dann gibt es die Seed-Finanzierung. Bedeutet, ein kleines Pflänzchen wird mal gesät und es wächst und gedeiht. Da haben wir ordentlich Kapital in diesem Land. Aber später, wenn es in die Wachstumsphase geht, und darauf hat der Minister eben hingewiesen, dann sind wir nicht gut. Und das bedeutet, dass man in einer Finanzierungsrunde, und das Gute ist, man kann sich das eigentlich ganz gut merken, denn es geht immer im Alphabet nach hinten. Man fängt mit einer Series A an, A, B, C, D. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht aus München, einer solchen Finanzierungsrunde in einer Series D von Celonis. Es kennt vielleicht die oder der ein oder andere hier. Ein Start-up, total erfolgreich, 10 Milliarden Unternehmensbewertung. Auf dem Weg, das nächste SAP zu werden, haben letztes Jahr im Sommer eine Series D-Wachstumsfinanzierungsrunde abgeschlossen. 400 Millionen Euro wurden investiert. Jetzt guckt man sich an, wer diese Runde angeleitet hat. Ein Fonds aus Katar und danach irgendwie neun bis zehn amerikanische US-Fonds. Warum sind wir nicht mit dabei? Ganz einfach, wir haben gar keinen Fonds, der überhaupt in der Lage ist, ein solches Ticket zu schreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir A, einen Zukunftsfonds angelegt haben mit 10 Milliarden, aber den müssen wir noch vergrößern auf 30 Milliarden bekommen und gerne auch mit der Renten und mit Versicherern als Kapitalsammelstelle, damit wir eben auch das Geld in diesem Land mobilisieren können und nicht am Ende sich Katar freut, wenn die Dinge hier erfolgreich werden, sondern wir auch in diesem Land den Wohlstand nicht exportieren, Ideen groß machen und vor allen Dingen zeigen, auch Deutschland kann große Unternehmen gründen und vor allen Dingen dann auch hier erfolgreich machen. Und es geht mir auch nochmal darum abschließend, ich komme aus Trier, das ist nicht Berlin, das ist nicht München, das ist nicht Hamburg. Gründung ist nicht nur ein Digitalding in den großen Städten, wir wollen auch rein in den ländlichen Raum um Trier herum. Trier ist natürlich eine Großstadt. Aber wir müssen es doch schaffen, dass auch mehr Menschen in diesem Land gründen, mehr Frauen, auch mehr Leute auf dem Land. Und das ist nicht nur die Digitalbude, das ist auch das Handwerk. Und ich finde, mehr Machen, mehr Gründungsgeist und mehr Mut tut uns in dieser Zeit gut, denn da kommt man auch mit guten Ideen aus und durch so eine Krise. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Huberts. Ich erspare mir jetzt den Kommentar zu Trier. Mir liegt da was auf der Seele, aber das sage ich Ihnen persönlich. Herr Klein-Arx? Nein, wenn man aus einem kleinen Land kommt, ist Trier eine Großstadt. Nächster Redner ist der Kollege Enrico Komning, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren Kollegen! Lieber Herr Minister Habeck, dies hier, die Start-up-Strategie der Bundesregierung, das ist nichts anderes als ein Angriff auf Freiheit und Marktwirtschaft. Ihre Start-up-Strategie, Herr Minister, folgt Ihrer sozial-ökologischen Transformation. Und diese Transformation, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als reiner Ökosozialismus. Und im Sinne des real existierenden Sozialismus klappt das ja mit Ihrer sozial-ökologischen Transformation auch ganz gut. Eine Billion neue Schulden in den letzten vier Jahren. Nach Japan sind wir in Deutschland weltweit, haben wir weltweit die höchsten Steuer- und Abgabenlast, galoppierende Inflation, Stromnetze kurz vor dem Zusammenbruch. Und in puncto Wettbewerbsfähigkeit für Familienunternehmen liegt Deutschland nach einer Studie des ZEW-Instituts sogar inzwischen nur noch auf Platz 18 aller Industrienationen. Allein Ungarn, Italien und Spanien schneiden noch schlechter ab. So, meine Damen und Herren, so sieht linksgrüne Wirtschaftskompetenz aus. Das Schlimme ist, Sie wissen es selbst, dass jägliche Faktengrundlage für Ihre Transformation fehlt. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten Ihren eigenen Jahreswirtschaftsbericht aus dem vergangenen Jahr. Dort steht auf Seite 16, Zitat, Deutschland hat aufgrund seines überschaubaren Anteils an den weltweiten Treibhausgasemissionen einen relativ geringen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Klimawandels. Na, meine Damen und Herren, das ist ja mal eine Erkenntnis. Und auch hinsichtlich der Folgen Ihrer Politik besteht offenbar kein Erkenntnismangel. Ich zitiere weiter von Seite 5. Es werden neue Bereiche entstehen. In anderen drohen Verluste. Und die betreffen auch Identitäten, Traditionen, das, worauf die Menschen stolz sind. Meine Damen und Herren, zynischer und gleichgültiger geht es nicht. Sie, Herr Habeck, Sie opfern unsere klassische mittelständische Industrie auf dem Altar Ihrer sozial-ökologischen Religion. In Ihrer Start-up-Strategie geht es dementsprechend auch nicht um Innovation, sondern um Förderkriterien wie Steigerung der Einwanderung oder Geschlechterparität. Sie unterstellen alle Fördermaßnahmen dem Leitbild einer vermeintlich nachhaltigen Entwicklung. Wirtschaftliche Erwägungen? Fehlanzeige. Verschonen Sie die jungen Leute mit ihrem Gender und Klima-Tinnif. Wir brauchen eine Start-up-Szene ohne diesen bürokratischen Überbau. Natürlich brauchen wir eine gute Start-up-Förderung. Der Staat tut gut daran, jungen Menschen mit guten Ideen und Konzepten in einem inzwischen schwierigen Zinsumfeld unter die Arme zu greifen. Es muss aber bei einer guten Förderstrategie um unternehmerisch denkende Menschen gehen. Es muss um die Innovationskraft der Produktideen gehen. Es geht um Businesspläne. Es muss um tatsächliche Diversität von Geschäftsideen gehen. Technologieoffen und vor allem, Herr Minister, ideologiefrei. Ihre Strategie, meine Damen und Herren von der Bundesregierung, ist dagegen auf das Abhängigmachen von Unternehmensgründern an eine ideologisierte Politik ausgelegt. Ich würde sagen, Herr Minister, Sie ziehen dieses Papier zurück und denken noch mal neu darüber nach. Für eine dynamisch wachsende Start-up-Szene, für mehr Unternehmer und für mehr Wohlstand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Gerald Ulrich, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich wollte ich meine Rede anders beginnen. Aber ich muss dem Herrn Minister sagen, Sie haben die Zustände wirklich absolut treffend beschrieben. Ich sehe das ganz genauso wie Sie. Und, Herr Dotz, Ihnen muss ich sagen, dass es etwas länger gedauert hat, als wir eigentlich geplant haben. Das hat daran gelegen, dass Sie uns 0, aber auch 0,0 vorgelegt haben, auf was wir hätten aufbauen können in den letzten Jahren. Da war schlicht und einfach nichts da. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir vor Weihnachten die Sache noch mal verschoben haben. Das war wirklich krankheitsbedingt. Ich habe persönlich dem auch zugestimmt, weil dort einige Leute krank waren. Und dann sollte man das nicht politisch ideologisieren. Aber egal. Ein Unternehmen zu gründen braucht immer Mut. Denn man verlässt ja die vorher eingeschlagenen Wege und Strukturen. Das tun wir eben so beim Gründen. Es braucht Elan, mit dem man auch die Sache angeht, die man verändern möchte. Es braucht auch Durchhaltevermögen. Denn es wird manchmal wirklich schwierig und herausfordern. Das weiß jeder, der schon gegründet hat. Mit ihrer ersten Start-up-Strategie hat die Bundesregierung ebenfalls Mut, Elan und Durchhaltevermögen gezeigt. Nicht nur, weil es die erste ihrer Art ist, sondern weil es sie auch entschieden und innovativ Probleme angeht, die schon lange existieren. Nun gilt es, diese Vorschläge weiter in der Praxis umzusetzen. Das macht Gründermentalität aus. Nicht nur planen, sondern wirklich auch machen. Es ist, dass Gründen momentan schwieriger ist als noch vor ein paar Jahren. Das ist uns eigentlich klar. Dafür gibt es auch Gründe. Wir dürfen uns aber auch nicht von den Problemen und Herausforderungen einschüchtern lassen. Denn egal, ob man Bäcker oder Blockchain tätig ist, alle sind von den gleichen aktuellen Problemen betroffen. Deshalb müssen wir den Gründerinnen und Gründern in diesem Land auch zur Seite stehen und sie gleichfalls aber auch in Ruhe arbeiten lassen. In Ruhe lassen müssen wir sie mit weniger Bürokratie, mit schnelleren Verfahren und mit mehr Digitalisierung. Die vielen verschiedenen Ansprechpartner bei den Gründen sind zu bündeln. Ganz wichtig ist die One-Stop-Shop-Lösung für das Unternehmensgründen, wie sie beispielsweise in Estland auch schon angewendet wird. Das müssen wir auch hier tun. Wenn Gründen in 24 Stunden möglich ist, kann man sich ab diesem Zeitpunkt auch um sein Geschäft kümmern, anstatt Formulare auszufüllen. Deswegen freut es mich, dass wir nicht nur vereinbart haben, das Gründerportal, sondern auch das digitale Förderportal in der Strategie voranzubringen. Damit wird auch die Suche nach finanzieller Unterstützung für Gründer leichter, obwohl sie wirklich immer noch schwierig genug ist. Außerdem wollen wir mit einem Reallaborgesetz wieder mehr Experimentierfreude in unserem Land schaffen. Die anstehenden Transformationsprozesse werden wir nicht bewältigen können, wenn wir in den festgefahrenen Strukturen weiterdenken. Deshalb ist beim Experimentieren nicht nur die Wirtschaft angesprochen, sondern auch die Verwaltung und auch die Regulierung. Nur so können wir Kreativität walten lassen. In der Strategie werden aber auch grundlegende Elemente angesprochen. Es geht aber auch um die Vereinbarkeit von Familie und Gründen. Viele der staatlichen Unterstützungsangebote für Mütter richten sich bevorzugt auf Arbeitnehmerinnen in abhängiger Beschäftigung. Bei selbstständigen Müttern klafft hier noch eine Lücke, die wir auch in dieser Strategie erkannt haben und die wir dort auch beheben werden. Deshalb hoffe ich, dass vom Familienministerium hierzu bald Vorschläge kommen werden. Sie sehen in der Strategie, dass wir uns viele Gedanken bei den ersten Schritten für Start-up gemacht haben. Das Gründen wird aber trotz alledem kein Ponyhof werden. Aber wir wollen in Deutschland eigentlich Einhornfarmen haben und auch keine Ponyhöfe. Viele Probleme bestehen für deutsche Start-ups gerade, wie es ja auch schon erwähnt wurde, in der Wachstumsphase. Die aktuelle Zeitenwende in der Zinspolitik und die darauf folgende Zurückhaltung von Investoren macht es für die Teams deutlich schwerer, an Kapital zu kommen, als das bisher der Fall war. Deshalb ist es gut, dass wir zum einen institutionelle Investoren stärker involvieren und zum anderen aber auch die KfW Capital weiter in ihrer Arbeit unterstützen wollen. Außerdem haben die Minister Lindner und Buschmann ein Zukunftsfinanzierungsgesetz angekündigt, dessen Eckpunkte bereits diskutiert werden. Das halte ich für einen wirklich sehr großen Schritt. Dieses Gesetz wird mit dem Anspruch geschaffen, ein großer Wurf für den Finanzstandort Deutschland und das Start-up-Ökosystem zu sein. Ich bin sicher und zuversichtlich, dass dieses auch so werden wird. Wir wollen bei dem Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung der Herr Minister hat das auch schon gesagt, wir wollen bei diesem Thema wieder europäisch wettbewerbsfähig werden. Denn so wird die Motivation der Mitarbeiter, am Wachstum des Unternehmens mitzuwirken, deutlich erhöht. Durch das Gesetz werden Börsengänge in Deutschland vereinfacht. Hier möchte ich auch ein Beispiel nennen. Warum ist Biontech nicht in Deutschland an die Börse gegangen? Weil das Kapital teilweise auch aus dem Ausland kam. Und dann ist es eben leichter so, dass der Börsengang dort stattfindet, wo auch das Kapital herkommt, was am Ende auch dazu führen könnte, dass die Firma auch irgendwann dahin geht, wo das Kapital herkommt. Und das wäre in einigen Fällen auch wirklich sehr tragisch. Ich glaube, wir haben hier einen sehr wichtigen und nötigen, Schritt getan. Und ich wünsche uns allen sehr viel Glück beim Umsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Und nun hat als Nächster das Wort der Kollege Alexander Ulrich, Fraktion Die Linke. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ulrich mit einem L jetzt. Das sind die Besseren. Diese Woche hat das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ein erschreckendes Bild über den deutschen Wirtschaftsstandard abgegeben, Herr Habeck. Es dürfte Ihnen bekannt sein. Wir sind nur noch 18 davon 21. Deutschland ist mit ihrem Wirtschaftsstandard auf dem absteigenden Ast. Neben Bürokratie, sinkender Innovationsbereitschaft, hohen Energiekosten sind vor allen Dingen auch der Arbeitskräftemangel, der den Unternehmen zu schaffen macht. Und in diesem wirtschaftlichen Umfeld findet ja auch die Startups versuchen dort zu handeln. Und Sie haben selbst die Zahlen genannt, dass wir auch bei den Startups in den letzten Jahren einen Rückschritt hatten. Jetzt kann man sagen, okay, ein Forschungsinstitut ist das eine, war das vielleicht eine Auftragsarbeit? Was aber auch aufforschen lässt, ist, dass der IG BCE-Vorsitzende diese Woche in einer Pressekonferenz gesagt hat, man kann nur eine Wirtschaft transformieren, die es in ein paar Jahren noch gibt. Spätestens da, Herr Habeck, müssen bei Ihnen alle Alarmsignale losgehen. Was Herr Vasalides auch gesagt hat, ist, er möchte ein Perspektiv treffen, nicht beim Wirtschaftsminister, sondern im Kanzleramt. Und deshalb sage ich, Herr Habeck, Sie können nichts dafür, dass Sie Minister geworden sind. Und ein paar Monate später gab es diesen Krieg, wo Sie handeln muss bei Energiesicherheiten, bei Energiepreisen, wo Sie gefordert waren als Energie- und Klimaminister. Was Deutschland aber dringend braucht, ist endlich auch ein Wirtschaftsminister. Und da haben Sie in Ihrem ersten Jahr Ihrer Regierung zu viel liegen lassen. Und deshalb müssen Sie jetzt da tatsächlich etwas mehr, auf die Schiene bringen. Es spricht für Sie, dass möglicherweise gewisse Kritik schon bei Ihnen angekommen ist, dass Sie heute bei dieser Rede hier am Puls sind. Aber noch einmal, Sie müssen da mehr tun im nächsten Jahr, denn die Angst vor einer großen Deindustrialisierung in Deutschland ist ja allgegenwärtig. Und das kriegt man auch von allen gesagt, von Arbeitgebern, von Gewerkschaftern, von vielen Beteiligten. Herr Habeck, Sie sind nicht nur Klima- und Energieminister, Sie sind auch Wirtschaftsminister. Und bei der Start-up-Strategie hätten Sie sich gar nicht so viel Zeit lassen. Denn vieles von dem, was Sie da in Ihre Sache reingeschrieben haben, wir sind ja hier in Berlin. Berlin ist Hotspot der deutschen Start-up-Branche. In Berlin regiert Rot-Rot-Grün. Und vieles von dem, was Sie in Ihre Strategie reingeschrieben haben, ist ja auch ein Stück weit von Berlin abgekupfert. Deshalb insoweit ist es gerade gut, dass Sie da vielleicht auch ein paar Vorschläge von Berlin übernommen haben. Denn in Berlin läuft da vieles auch gut. Man merkt, wo links mitregiert, ist man auf einem guten Weg, auch in der Start-up-Szene. Aber was wir als Linke einfordern, und da steht in Ihrer Strategie überhaupt nichts drin, wenn man die Start-up-Szene fördert, muss das verbunden werden, auch mit guter Arbeit. Und bei viel zu vielen Start-ups gibt es keine Betriebsräte, gibt es keine Tarifverträge, werden die Arbeitszeitregelungen nicht eingehalten. Deshalb sagen wir klipp und klar, wir reichen die Hand als Oppositionsfraktion auch bei dieser Strategie. Aber Fördern der Start-up-Szene muss einhergehen mit Perspektiven der guten Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ullrich. Als nächster hat das Wort der Kollege Maik Außendorf, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Durth, Sie haben ja eben gewitzelt, wir seien bei der Start-up-Strategie wie der langsame Tanker unterwegs. Das ist in der Tat schon ein bisschen komisch, weil Sie als Union sind ja mit Ihrem Schiff im Bermuda-Dreieck verschwunden und haben gar keine Start-up-Strategie vorgelegt, während wir in Rekordzeit eine vorgelegt haben. Herr Ullrich, zu Ihnen muss ich auch ein Wort sagen. Wir haben heute Morgen ja im Wirtschaftsausschuss schon drüber gesprochen. Diese Bundesregierung hat letztes Jahr nicht nur eine Energiekrise gelöst. Wir haben Corona-Hilfen verstetigt. Wir haben ein 100-Millionen-Paket für Klein- und Mittelständler auf den Weg gebracht. Wir haben eine Fachkräftestrategie auf den Weg gebracht. Ganz viele Punkte, die die Wirtschaft nach vorne bringen, und das ist einfach scherbig, was Sie hier behaupten. Zurück zur Start-up-Strategie. Denn die Start-up-Strategie der Bundesregierung setzt auch eine Zielrichtung, nämlich hin zu besonders nachhaltigen und gemeinwohldienlichen Geschäftsmodellen. Ich will ja nur mal den Deep-Tech und den Climate-Fonds erwähnen. Das ist genau die richtige Zielsetzung. Das begrüßen wir auch. Dies stärkt den wissensbasierten Wirtschaftsstandort Deutschland im internationalen Wettbewerb. Das kann eben auch stilbildend sein für eine deutsche und europäische Antwort auf den IAE. Start-ups sind ja die Einhörner. Das sind stark skalierende Unternehmen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, was gut ist für Start-ups, ist in der Regel auch gut für Gründungen insgesamt. Das geht ja in die Breite. Und vieles, was in dieser Start-up-Strategie aufgegriffen wird, das hilft eben allen. Der One-Stop-Shop wurde schon als Beispiel genannt. Die Fachkräftestrategie, Erleichterung der Zuwanderung von Fachkräften, das hilft der Wirtschaft insgesamt. Ich möchte noch mal einen Augenblick werfen auf den feministischen Teil dieser Start-up-Strategie. Denn wir haben speziell mit dem Programm Exist Women Gründerinnen adressiert. Die sind unterrepräsentiert. Und in dem Zusammenhang auch besonders wichtig, dass unsere Familienministerin Lisa Paus an einem Konzept für den Mutterschutz für Selbstständige arbeitet. Denn soziale Sicherheit ist auch für Gründerinnen und Gründer besonders wichtig. Jetzt läuft mir langsam die Zeit weg. Ich möchte aber noch ansprechen. Förderung von Gründungen ist hilfreich. Aber wichtig sind Unternehmen und Kunden, die Aufträge generieren. Und deswegen ist auch wichtig, dass in der Strategie aufgegriffen wird, dass der Staat als Auftraggeber es Firmen leicht macht, Gründungen leicht macht, auf staatliche Aufträge zuzugreifen über eine zentrale Plattform. Insgesamt komme ich zum Schluss. Die Projekte der Fortschrittskoalition, wir haben ja einige genannt, aus verschiedenen Bereichen greifen gut hintereinander und bilden ein insgesamt wirtschaftspolitisches, fortschrittliches Bild. Vielen Dank, Herr Kollege Rausendorf. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Jarz von Beck, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister, als erstes will ich mit einem Kompliment einsteigen. Dass Sie alles, was in der alten Regierung gemacht worden ist, nicht einfach weggeschmissen haben, spricht für Sie. Und als wir letztes, vorletztes, muss ich jetzt sagen, Jahr 2021, nach dem Einsendeschluss im Bundestag für neue Gesetze im Wirtschaftsministerium saßen, haben wir eine Menge Dinge aufgeschrieben, mit denen wir durchstarten wollten in dieser neuen Wahlperiode. Dass das nun anders gekommen ist, ist halt so, dass Sie aber unsere Ideen für Ihre Start-up-Strategie übernommen haben. Das spricht deutlich für Sie. Und deshalb sehen wir die Start-up-Strategie auch sehr positiv. Ich will allerdings auch dazu sagen, dass das Entscheidende bei all diesen Themen nicht nur darin besteht, so eine Strategie zu definieren, sondern die auch durchzusetzen. Und das ist am Ende deutlich schwieriger. Ich nehme mal die Themen der Finanzierung. Darüber ist ja verschiedentlich gesprochen worden. Wir haben in der letzten Periode die Start-up-Investments der Regierung von 4 auf 20 Milliarden Euro verfünfert. Das ist schon eine Menge. Wir haben diesen 10 Milliarden Zukunftsfonds aufgesetzt. Wir haben in diesem Zukunftsfonds 10 Module aufgesetzt. Davon sind eine ganze Reihe gestartet, noch im Juni 2021. Aber die sind nicht durchgestartet. Der Deep-Tech-Fund zum Beispiel hat lange gebraucht, ich glaube, fast ein Jahr, bis man eine Geschäftsführung dafür gefunden hat. Vorher wurden keine Deals gemacht. Das First Closing für eine Milliarde Wachstumsfonds, ich habe davon jedenfalls noch nicht gelesen, dass es stattgefunden hat. Auch das ist etwas, wo sicherlich der Minister auch noch mal ein Stück Werbung für machen kann. Die 3 Milliarden Separate Managed Accounts, die Your Cookies Lieblingsinstrument waren, auch da sehe ich noch nicht, wie die am Ende in den Markt kommen. Das heißt, sie sitzen auf einem sehr großen Berg von Geld, der, glaube ich, sehr dringend in der Szene gebraucht wird, wie die Kollegin Hubertz ja hier sehr eindrücklich dargestellt hat. Wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was wollen wir eigentlich fördern in der Gründung, dann, glaube ich, ist Deep-Tech das, was wir tun müssen. Wir brauchen nicht noch Plattformökonomie und andere Dinge. Das ist alles auch wichtig. Aber unsere Zukunft, glaube ich, das Rennen geht um Deep-Tech. Dafür brauchen wir die richtigen Instrumente. Wir haben hier beantragt im Sommer eine Milliarde aus diesen Separate Managed Accounts für einen Biotech-Fund. Sie haben das damals in die Warteschleife geschickt. Ich kann nur empfehlen, noch mal auf das Thema zu gucken. Denn hier hat man gesehen mit CureVac-BioNTech, wir haben hier gute Voraussetzungen, wir müssen das machen. Das Sprint-Freiheitsgesetz, davon wird hier ständig geredet, steckt aber fest. Ich weiß nicht, warum es feststeht, weil es einzelne Beschäftigte im Finanzministerium gibt, die da auf der Bremse stehen. Da müssten Sie als Minister jetzt mal hingehen und den Knoten durchschlagen. Kernfusion nehme ich mal als ein Beispiel, weil Ihre Kollegin Stark-Watzinger so oft davon spricht. Vier Milliarden Investitionen letztes Jahr in den USA, 40 Millionen in Deutschland. Wie so ein Rennen ausgeht, kann man sich vorstellen. Wir sehen das gerade in sehr vielen Deep-Tech-Bereichen. Deshalb muss hier etwas passieren. Sie haben auch Instrumente. Zehn Milliarden nicht nur aus dem Zukunftsfonds, sondern auch zehn Milliarden jetzt für den Rentenfonds. Wenn aber Christian Lindner sagt, wir wollen das so investieren wie beim Kenfo, dann reden wir über eine megakonservative Anlagestrategie. Da wird nicht viel für Technologie und Start-ups bei rauskommen. Da können Sie sich mal den Ewigkeitsfonds der Ruhrkohle angucken. Da gibt es sicherlich in Norwegen, in Singapur anderswo Beispiele, wo man sehen kann, wie man hier offensiver vorgeht. Und Raphael Laguna, der Chef der Sprungagentur, hat gerade gestern gefordert, dass wir einen, ich glaube, sogar 10 Billionen, hat er gesagt, Fonds machen müssen, einen Staatsfonds. Alleine in Norwegen, ein Land mit 5,5 Millionen Einwohnern, investiert 1,4 Billionen Dollar in Technologie in Unternehmen weltweit. Nicht nur in Start-ups, aber die haben damit genügend Volumen, um auch bei einem Ceylonis tatsächlich auch mal in der D-Runde halt eben am Ende reinzugehen. Und ich glaube, die Diskussion über einen solchen Staatsfonds, die müssen wir auch mal führen. Wir haben hier was, da, was dort, was, RAG, Kenfo, jetzt 10 Milliarden Rente, den Zukunftsfonds. Bauen Sie es doch mal zusammen und machen Sie was daraus, was schlagkräftig ist und was auch nicht nur so ultra konservativ in allen Dingen ist. Und dann schreiben Sie mal die Forschungsministerin an, denn da kommt am Ende nichts. Die DATI, da wird seit einem Jahr darüber geredet, das ist ein Phantom. Wie man Exzellenz aus der Forschung am Ende umsetzen kann, dazu gibt es überhaupt gar keinen Vorschlag. Da hat Professor Schönenberger von Unternehmertum super Vorschläge, die könnte man exzellent umsetzen. IP, die Rechte, ein Drama, Ausgründung aus Fraunhofer, ich traf gerade einen Gründer, ein Jahr verschwendet man da einfach mit IP-Diskussionen intern, zwischen all diesen Einheiten. Da muss mal Leadership gezeigt werden. Das ist das, was gebraucht wird. Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein super wichtiges Thema. Höre in der Grünen-Fraktion gibt es jetzt wieder Bedenken, die da auf der Bremse stehen. Female Founders nicht nur exist, sondern investieren Sie auch in Fonds, die speziell auch Female Investments machen. Das ist wichtig. Und am Ende ist eben entscheidend, was bei der ganzen Geschichte rauskommt. Sie haben mit der Start-up-Strategie, auch mit unserer Arbeit gut vorlagen. Liefern Sie. Das ist Ihre Aufgabe. Viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Kollege Jatzronbeck. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lina Berner, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vergangenen Sommer hat die Bundesregierung die erste Start-up-Strategie beschlossen. Umso mehr freue ich mich heute, das Start-up-Ökosystem hier in den Fokus zu nehmen. Warum ist diese Strategie so wichtig? Start-ups haben ein immenses Innovationspotenzial. Sie gehen neue Wege, setzen neue Impulse, schaffen Arbeitsplätze und stärken folglich die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Start-ups sind also genau einer der Schlüsselfaktoren, den wir für die Transformation und Weiterentwicklung unserer Wirtschaft im Jahr 2023 und darüber hinaus brauchen. Doch bis dato zählt Deutschland im internationalen Vergleich noch nicht zu den attraktivsten Standorten für potenzielle GründerInnen. Die größten Herausforderungen für GründerInnen sind Bürokratie, Finanzierung und die MitarbeiterInnen-Gewinnung. Um genau diese Herausforderung anzupacken, hat die Bundesregierung die Strategie in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern auf den Weg gebracht. Neben den darin enthaltenen zentralen Maßnahmen wie besserer Zugang zu Wagniskapital, vereinfachter Zugang zu Daten, Schaffung einer digitalen Plattform zum Informationsaustausch der Start-ups mit öffentlichen Einrichtungen und verbesserte Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Start-ups ist die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, über die wir jetzt schon viel gehört haben, zur Gewinnung neuer, gut ausgebildeter Mitarbeitenden zentral. Daneben möchte ich aber noch eine Maßnahme an dieser Stelle besonders hervornehmen, die Förderung von GründerInnen sowie die Diversität bei Gründungen. Denn die deutsche GründerInnenlandschaft muss auch unsere tatsächliche Gesellschaft widerspiegeln und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Menschen unterschiedlichster Herkunft sollen wir uns ermutigt werden, eine gute Gründungsidee erfolgreich umzusetzen. Der Female Founders Monitor hat festgestellt, dass im Jahr 2022 der Anteil von GründerInnen zwar auf 20 Prozent gestiegen ist, Frauen aber weiterhin deutlich unterrepräsentiert sind. Das sieht man auch im Bereich der InvestorInnen und Business Angels. Und hier ist der Unterschied noch größer. Dadurch entsteht ein signifikanter Nachteil für Frauen beim Zugang zu Kapital und insbesondere zu Wagniskapital. Denn Finanzierungen werden meist von Männerteams in Anspruch genommen. GründerInnen stoßen bei männlichen Investoren oft auf Vorbehalte. Aber ebenso wie so gut in jedem anderen Berufsfeld spielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch und gerade bei GründerInnen eine zentrale Rolle. Und deswegen muss der Mutterschutz für Selbstständige unter anderem verbessert werden. Deswegen gilt es auch im Rahmen einer erfolgreichen Startup-Strategie, die Frauenförderung zu berücksichtigen und somit das volle Innovationspotenzial unserer Gesellschaft zu nutzen. In vielen Städten und Ballungszentren sind Startups bereits jetzt ein wichtiger Teil der regionalen und überregionalen Wirtschaft. Unsere gut laufenden Startup-Standorten Berlin, München und Aachen müssen wir weiter stärken und ausbauen. Gleichzeitig dürfen wir das Potenzial des ländlichen Raums bei Innovationen nicht vernachlässigen. Startups müssen nicht immer auf die digitalste Lösung ausgelegt sein. Das sehen wir auch gerade jetzt schon im ländlichen Raum, wo es viele innovative Neugründungen darüber hinaus gibt, besonders im wichtigen und bedeutenden Bereich des Social Entrepreneurship. Mein Appell daher, lassen Sie uns bisher nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten nutzen, neben Großstädten und Ballungsräumen auch den ländlichen Raum berücksichtigen, neben Universitäten und Hochschulen auch berufsbildende Schulen in den Blick nehmen und Diversität bei Startup-Gründungen fordern und fördern. Ich bin überzeugt, dass die Umsetzung der vorliegenden Strategie einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit Deutschlands leisten und mehr Menschen ermutigen wird, den Weg der Gründung einzuschlagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Werner. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Holger Becker, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Minister Habeck! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte hat ja gezeigt, ganz offensichtlich, dass dieser Koalition das Thema Unternehmensgründungen und Startups extrem wichtig ist. Und ich denke, das geht auch tatsächlich über diese Koalition hinaus. Wir sehen darin ein enormes Potenzial, um unsere Volkswirtschaft langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Nicht nur als direkt gewählter Abgeordneter für Jena, nämlich einer der Startup-Hochburgen in den neuen Bundesländern, sondern auch als jemand, der vier Tech-Unternehmen mitgegründet hat, weiß ich, wie notwendig diese Maßnahmen der vorgestellten Strategie für die deutsche Gründerszene sind. Im Sommer habe ich direkt nach Bekanntwerden der Strategie in Jena zwei Workshops gemacht, an denen ungefähr 40 Gründerinnen und Gründer teilgenommen haben. Die Resonanz und der Wunsch nach einem konstruktiven Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik waren extrem hoch, und ich glaube, diesen Austausch müssen wir weitermachen. Die Tatsache, dass nach sechs Monaten erste Maßnahmen in der Umsetzung sind, lässt mich dabei hoffnungsvoll auf dieses Jahr blicken. Die jungen Unternehmen, die unsere wirtschaftliche Dynamik ankurbeln und wirtschaftliche wertvolle Beiträge gerade im Bereich der technologischen und sozialen Innovationen beisteuern, erhalten durch diese Strategie endlich den Rückenwind, den sie dringend benötigen. Was mich besonders freut, ist, dass das Handlungsfeld zu Ausgründungen aus der Wissenschaft bereits vor den Feiertagen angegangen worden ist. Das Wort Exist, Exist Women, ist ja schon gefallen. Es geht voran, und genau dadurch bekommen auch die Gründerinnen und Investoren den Mut, die Belohnung für ihre Risikobereitschaft mit den bestmöglichen Rahmenbedingungen. Das gilt übrigens nicht nur im Bereich Start-up, sondern auch im Bereich der Verwaltung, dass wir da ein bisschen mehr Mut brauchen. 80 Prozent der deutschen Start-ups wünschen sich einen Bürokratieabbau bei öffentlichen Förderprogrammen. Das Thema sollten wir natürlich auch angehen. Dazu gehört im Bereich innovative Finanzierungsinstrumente eine ganze Palette. Ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für einen staatlichen Publikumsfonds mit staatlicher Risikoabsicherung für Kleinanleger. Denn ich möchte Beteiligungsmöglichkeiten an jungen Unternehmen auch demokratischer demokratisieren. Da sollen alle daran beteiligt sein, alle daran partizipieren können, und nicht nur diejenigen, die sich ein Family Office leisten können. Herr Habeck, Sie schreiben in Ihrer Unterrichtung vollkommen richtig, dass Start-ups Ideengeber und Innovationstreiber sind. Gerade im Bereich der sozialen Innovationen leisten Start-ups einen signifikanten Beitrag dazu, nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Gesellschaft nachhaltiger und inklusiver zu gestalten. Daher begrüße ich es außerordentlich, dass die Strategie ein gesamtes Handlungsfeld zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Start-ups beinhaltet. Wie ich durch meinen Austausch mit der Beauftragten für soziale Innovation, die übrigens am BMBF angesiedelt ist, weiß, wird gerade eine nationale Strategie für Sozialunternehmen erarbeitet. Es ist extrem wünschenswert, dass sich Ihre beiden Ressorts hier eng abstimmen, sodass wir zwei miteinander verzahnte und aufeinander aufbauende Strategien für das Jahr 2023 haben, um die bestmögliche Schützenhilfe für unsere mutigen Gründerinnen und Gründer zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Becker. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 3063 an die in der Tagesordnung auch über den Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge, das sehe und höre ich nicht, dann verfahren wir so.